Aber auch der Kontakt zu den Professoren und den anderen Mitarbeitern ist eigentlich sehr eng, weil wir haben eigentlich immer die Möglichkeit, Fragen zu stellen oder auch sie mal außerhalb der Vorlesungen zu kontaktieren. Und es wird auch alles eigentlich immer sehr gut erklärt und auch viel gezeigt. Und es ist nicht nur trockene Theorie, weil man sieht es ja auch hier im Technikum zum Beispiel. Wir arbeiten ja auch immer praktisch oder wir gehen raus in die Weinberge, da wird uns was gezeigt. Und wir dürfen auch selber immer wieder mit anpacken.